so exakt selbe stelle herzlich willkommen zur nächsten folge dark souls 2 dlc endboss der mich extrem aufregt aber wir sind direkt wieder im schmiel und wie gesagt ich will eine pause eine kurze pause nämlich genauso lang wie das intro geht toll ich will jetzt auf die mütze in den sack du kannst doch gar nichts schlag mich doch schlag mich doch eierloch hau mich doch eierloch dumpf ich wollte manchmal zu viel jetzt habe ich ja keine ausdauer mehr komm doch da muss ich draufhauen der macht das jetzt schon nein ein schlag zu viel okay Das ist ein Weg. Ich spür's! Nein! Das war ein hinterhältiger Hupsschlag! Nee! 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 Romero! Schade! Ich hab's geschwürt! Ich hab es geschwürt! So knapp, ey! So knapp! Ist einfach so! Es kann auch nicht sein, kein Mensch braucht für Endbauste so lange wie ich! Ich tu jetzt hier nochmal so ein... Boah, die Beleuchtung hier ist echt warm, ich sag's euch! Was ich auch noch einfach nehme? Ist nicht noch so... Weiß nicht, ob das was bringt, oder? Jetzt hau ich dir aufs Maul! Hau mich doch, du Eierloch! Was? Was? So geht's aber nicht mal! Ich freu mich schon! Auf den Eis DLC! Denn das wird mein letztes Mal! Kampf gegen den Boss! Ich brauche keine Goodies! Ich brauche keine Buds! Ich brauche nur die Kraft der Liebe! Ich brauche nur die Liebe! Roll! 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 Konzentration. Nimm diesen Schlag. Er ist gerecht. Mach irgendwas, was ich trinken kann. Er hat mich komplett aufgeschwiesst, ey. So, ich schalte dann jetzt die Cheats an. Ene, mene, Miste. Es rappelt in den Karton. Ja, man soll ja eigentlich, ne, nicht immer dasselbe machen, wenn's nicht klappt, ne. Aber ich hatte ihn doch fast. Bist du denn? Wir beschwören jetzt keinen hier. Denn wir sind selbstständige Menschen. Ich würde zu einem selbstständigen Menschen erzogen, der selbstständig handeln kann. Der selbstständig Endgegner besiegt. Schlacht! Ja, lass mich gar nicht drauf ein. Ja, ich trinke mal einen, statt den. Weil wenn er sauer ist und sein Schwert blüht, ist er eigentlich easy. Bis auf den Punkt, wenn er da deine Kacke beschwört. Mich jetzt. Mach doch nicht. Hey, komm. Herzlich willkommen zu. Sterben wir die ganze. War das nicht sexy? Ist das geil? Ja? Ihr ist gefallen. Ihr ist gefallen, ja? Ich bitte euch. Helft mir. Wird dir einer kurz bei Mogelpower gucken, wie der geht? Zu früh! Zu früh! Zu früh! Laat dich auf! Bei der Timing! Pelle Pelle, kauft jetzt auch neu! Die geile Pelle Pelle! Lecker lecker! Meine Uhr sagt, ich soll aufstehen und mich bewegen. Ah! Ich stehe doch. Ich auferstehe doch regelmäßig und bewege mich dann wieder hier. Reicht doch. Genau, hier. Zwei Idioten, gleicher Gedanke. Farrow, schreib gerade dasselbe in den Chat. Jo. Sprint, sprint, sprint. Roll, roll, roll. La, 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 la. Ich hau dich jetzt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich visiere dich an. Ich gehe links umher. Ich weiche deinem Schlag aus. Ich hau dich. Dann weiche dein Stich und Schlag. Nein, warum was? Ja. Hä? Wieso? Hä? Wieso triffst du mich nicht? Hat er tatsächlich Schieds? Schieds angeschaltet? Huuuuh! Oh, ich hab. Ich hab Dummes getan. Ich hab. Bin ich zu nah dran. Er springt zurück. Das ist gut. Er macht jetzt seinen All-Moll. All-Moll-Attacke. Oh Gott. Bitte lass mich noch in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ja gut, ich will ihn sehen. Warum eigentlich? Spannung, sieh. Vielleicht stehe ich doch mal um. Oh Gott, ey. Kann ich gleich wieder nicht einschlafen? Ich hatte den doch jetzt schon so oft, so knapp. Kann mir keiner erzählen. Das ist doch alles hier gezinkte Karten. Spiel mit gezinkten Karten. Ich sag's euch. Mal rein, da. Nee, 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 nee. Er kriegt ein bisschen Feuer ab. Was, als ob du mich mit deinem blöden Knauf da trägst. Mach irgendwas, ich will einen trinken. Ich hab den doch genau in seinen Hintern gehebelt. Oh, ich hasse es, wenn er das tut. Komm. Komm jetzt. Lauf da nicht so dumm rum. Was ist das? Was ist das? Spring. Woll. 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 Warum? Oh, ey. Ich hab keine Geduld mehr. Nein, er haut mich und ich trinke. Ich hab keine Geduld mehr. Oh, ey. Ich weiß nicht, was mir noch helfen sollte. Ich beschwöre einen goldenen, vollkühnen Ritter. Ich hab keine Geduld mehr. Diesen Kampf überrede ich jetzt nicht ein einziges Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Blitz-Urne Blitz Hätte ich Blitz? Binge es schneller? Alter, ich weiß wie ich konzentriere mich einfach Ist mir das vorher noch nicht eingefallen. Dann konzentrieren wir das wieder halt nicht. Dann halt nicht! Ich kann doch nicht eine Stunde an so einem Larry Endgegner hängen. Das ganze Ring wird mir eh nicht helfen. Soll ich mal so? Ich weiß nicht, dass wir noch mal ein Zeichen haben. Ich weiß nicht, dass wir noch mal ein Zeichen haben. Oh, der Ring! So, komm Ey, die Performance geht auch übelst in den Keller und der nimmt meine Tastendinger nicht an Siehste, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo man das Spiel schiebt Lass mich Es ist das Spiel schuld Trink mir einen Dann hau ich dich Dann hau ich dich nochmal So, jetzt mach mal nicht deine Nein, 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 nein Nein, 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 so geht das nicht weiter So geht es nicht weiter Ich resigniere Laune im Keller Genau wie das Bossfight-Areal So, komm Jetzt machen wir es mal So, jetzt machen wir es mal letzter versuch mit vollkommener konzentration und die fahre des npcs ich will ja der knüppler mir noch mal unter die arme greifen ein schlag zwei schlag drei schlag zwei getroffen dumm keine energie mehr keine ausdauer konzentration fokussieren rollen schlagen dafür so das war Er ist ein geschickter Ausweich. Er will sich aufladen. Scheiße. Shit! Dumm! Da hat er seine Chance genutzt, kann ich ihm nicht verhübeln, hat er gut gemacht. Boah. Nicht aufgeben, das ist schwer gesagt, leicht gesagt, leicht gesagt, schwer getan. Bei jedem nächsten Tod muss ich ab jetzt ein Kleidungsstück ausziehen. Mach was, aber nicht mich hauen! Wieso tripst du nicht? War das eine dumme Aktion? Ja, 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 ja. Direkt ein Nachlegen, ja, so nämlich. Jetzt komm. Brückhahn, toll! Einen gebe ich dir mit. Dumm ertragen, dumm ertragen! Nein! Du Kacknase! Oh, das war spannend, ey! Das ist doch spannend. So, und ob wir ihn besiegen, das nächste Mal können wir dann gucken. Bis mit euch... Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017